plong und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu let's play format in concours bei landstufe root 2 wo wir sensationell ein bisschen abgenervt sind dass der gegner einfach so rumnimmt aber hey wenigstens habe ich hier abgeschlossen ich werde hier noch eine tasterspule mit aufsteigen dann werde ich die auch noch halt mit dings versehen luftschiff bereit einheit bereit ja 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 das die ich werde jetzt relativ fahrzeug bereit einheit bereit einheit bereit einheit bereit einheit bereit wie kann ich das jetzt eigentlich absichern einheit fahrzeug auf leise gummisohlen ja ja auf den leisen gummisohlen kannst du da sehr gerne hin ich muss mir nur was überlegen wie ich das mach sehr schön Das Psycho-Radar kann ich auf jeden Fall auch gut gebrauchen Warte auf Order. Bereit genossen. Produktion abgeschlossen. Natürlich da ist auch so ein besonderes. Was ist das? Das ist aber auch sehr neus. Was ist das? 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 So ein bisschen das ja noch prüfen. Und besser gesagt, möchte ich da einmal durch. Ich glaube, dass ich die Tesla-Spule aufgestellt habe, ist so schuldwert. Ich glaube, dass ich die Tesla-Spule aufgestellt habe, ist so schuldwert. Ich glaube, dass ich die Tesla-Spule aufgestellt habe, ist so schuldwert. Einfach mal so ein paar Leute mit reingeschmuggelt, ich glaube sie wohl nicht. Das war mal so ein Satz mit X, würde ich fast schon behaupten. Einheit bereit. Einheit verloren. Produktion abgeschlossen. Produktion neu. Elektroden bereit. Vorwärts. Ja, genau. Vorwärts. Du darfst. Ja, genau. Ja, genau. Das ist voll. Produktion läuft. Einheit bereit. Sucht schon bereit. Quartner auf Orde. Auf geht. Einheit bereit. ich brauche ein bisschen cooler position bestätigt ok er befeuert ihn einheit da der andere halt so bevor sein soll ziel gesichtet wir machen sie fertig wobei sag du mal da hin ich möchte, dass du da hin wirst ok ok damit habe ich jetzt nicht gerechnet wir machen sie fertig erst sammler unter der schuss warte auf unter ein leg bereit sie stoppt abgebot produktion abgeschlossen produktion neu bereit genossen bereit genossen ich weiß noch mal in den nüsten an einheit verloren reparatur läuft produktion läuft abgeschlossen produktion hier ha das ganz gefährlich produktion abgeschlossen unsere Basis steht unter Beschubung. Reparatur läuft. Produktion läuft. Fahrzeug abgeliebt. Fahrzeug belichtet. Das könnte jetzt noch etwas dummer sein. Wow. Wow, der... Oh, Gott, nee. Ich bin unterwegs. Ich habe einen Weg. Unter der Basis steht unter Beschuss. Produktion neun. Unter der Basis steht unter Beschuss. Bereit, gesund. Ich trage jetzt gerade nicht, so wie ich das sagen möchte. Um zu reichen mit Kett. Unter der Basis steht unter Beschuss. Auf geht's. Einheit verloren. Unsere Basis steht unter Beschuss. Warte auf Ordnung. Machen Sie fertig. Luftschiff bereit. Bombenschächte bereit. Bestätigt. Das wird schwierig. Bestätigt. Einheit verloren. Letzte neun. Oder der Basis steht unter Beschuss. Richtung gesetzt. Auf geht's. Bereit, genossen. Angriff. Einheit verloren. Einheit verloren. Fahrzeug belichtet. Feind gesichtet. Ja. Auch noch von Feind. Ist der schön. Einheit bereit. Fahrzeug belichtet. Position bestätigt. So. Geliummischung optimal. Bombe auf Position. Oder mehr war dann mal ein. Neue Bauoptionen. So. Produktion neu. Produktion neu. Ich hab zwei. Vorteil der drei Dings verloren. ich werde auch einmal abspeichern ja komm ich dürfte eigentlich jetzt überhaupt keine probleme darstellen das müssten die eigentlich schaffen ja komm ich habe einen verloren die fangen jetzt an die kirurgs machen es ich sag mal so von allen einheiten die es in diesem spiel gibt sind die kirurgs tatsächlich die schlimmsten einheiten von allen die halten verdammt viel aus sie sind verdammt stark wenn sie halt in reichweite kommen der nachteil ist halt die reichweite und sie fliegen schlimmer geht es nicht die sind nur verdammt teuer schon jetzt kennen sogar schulkinder ihren namen als den des größten generals den die welt je gesehen hat 40 minuten gebraucht hat eineinhalb stunden ich glaube das war es jetzt sogar von daher halte ich die klappe wir sehen uns die endkatz ihn an klung während die nation ihren geliebten premier und ihren general vladimir durch den verräter juri verloren hat richten sich unsere augen auf den oberbefehlshaber der noch immer eine blutige schlacht gegen die alliierten führt general ich habe jurys akten gefunden und er macht uns damit wie soll ich sagen ein abschiedsgeschenk die alliierten glauben dass wir nichts von der chronosphäre in alaska wissen mit der ihnen eine großinvasion gelingen soll das ist ihr letzter trump zerstören wir einfach ihre hoffnungen und wenn das erledigt ist dann kommen sie dran und werden premier der ganzen welt vergessen das gibt es ja auch noch genosse general ich muss sie warnen die alliierte chronosphäre wäre vielleicht unser ende die erste stufe ist ein massiver marineangriff sie werden uns bestimmt nicht erwarten und das wird dann ihr untergang sein ich weiß jetzt nicht genau wo das alles ist aber das ist ehrlich gesagt egal ich hab aber vergessen gehabt dass es die mission noch gibt ich dachte rote revolution wäre jetzt tatsächlich die letzte und wir hätten eigentlich schon halt gewonnen gegen die alliierten anscheinend nicht wichtig ist auf jeden fall jetzt erstmal dass wir so ein bisschen unsere werft hochziehen danach würde ich und taifung umboote und taifung umboote Wir haben übrigens auch gesehen gehabt, es könnte auch sein, dass das jetzt die letzte Mission ist. Auf jeden Fall, wir haben halt sicherlich hier auch unseren eisernen Vorhang. Wir brauchen eine Waffenfabrik. Warum war das mir irgendwie klar gewesen, dass ich neu starten muss? Produktion läuft. Eintreffende Nachricht. Genosse General, ich muss Sie warnen. Die alliierte Chronosphäre wäre vielleicht unser Ende. Die erste Stufe ist ein massiver Marineangriff. Sie werden uns bestimmt nicht erwarten. Und das wird dann Ihr Untergang sein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich halt so schnell halt mit Chronosphärenangriff und mit sechs IBFs halt angegriffen werde. Training. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Abgebrochen. Und doch, ich werde das so lassen. Weil D.B.A. habe ich mit zweiter Raffinerie, bloß halt ein paar Minuten. Als dass ich da jetzt die ganze Zeit über mit irgendeinem Mist halt hier jetzt agieren muss. Ja, vorwärts. Produktion abgeschlossen. Rätisches Energieniveau. Produktion läuft. Training. Zettleranzug auf Reisen Gummisohlen. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Mann. Diepical Nachrichten. Oh. Der Hintergrund. Warum ist übrigens. hier nur so ein bisschen fußvolk und keine testerspiel aufstelle das ist mit solchen mitteln viel gleichzeit zu bewältigen das war mir so klar gewesen gut aber auch Einheit verloren. Reparatur läuft. Über der Basis steht unter Beschuss. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Produktion läuft. Training. Fahrzeug berichtet. Einheit bereit. Das die aber so schnell halt, ob man sowas halt angreifen, das habe ich nicht in meinem Kopf. Achtung. Feindliche Flotte entdeckt. Fahrzeug wird geändert. Position wird geändert. Einheit bereit. Produktion läuft. Produktion abgeschlossen. Einheit verloren. Einheit verloren. Produktion läuft. Achtung. Feindliche Flotte entdeckt. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Über der Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Fahrzeug berichtet. Produktion bestätigt. Angriff. Produktion läuft. Produktion läuft. Produktion abgeschlossen. Training. Der Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Bereit. Einheit bereit. Produktion läuft. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Neues Ziel erhalten. So, jetzt brauche ich definitiv aber erstmal. Ne. Ach ja. Pfizer 사람이. 까ch erklärt. Dannakes hergeräte. Einheit vorbei. Würdest du bitte. Produktion abgeschlossen. Einheit verloren. Produktion läuft. Brothers. Produktion läuft. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ja, macht sie doch dann gleich mal fertig, bevor sie hier irgendwie alles kaputt machen. So. Jetzt kann ich auch, denke ich mal, die ein oder andere Tesla-Spule aufstellen. Und dann setze ich hier auch mal so ein bisschen Tepfu-Boote ein. So, jetzt aber das Kernkraftwerk. Ihr stellt euch hier so ein bisschen mehr in der Mitte hin. Das ist jetzt unbedingt die Klonstätte? Eigentlich nicht. Einheit bereit. Schiff meldet sich. Schiff meldet sich. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Das sieht soweit ganz gut aus. Produktion läuft. Ich werde nochmal einen Kriegssammler noch dazu holen. Ich höre. Einheit bereit. Schiff meldet sich. Motoren arbeiten. Schiff meldet sich. Schiff bereit. Und dann sollte das eigentlich hier so langsam in Richtung Fahrt aufkommen. Einheit bereit. Warte auf Order. Bereit Genossen. Position wird geändert. Schiff meldet sich. Ich höre. Motoren arbeiten. Feuer. Schiff bereit. Ich höre. Schiff meldet sich. 扶 Lappも. Navigiere. Captain bestätigt. Schiff meldet sich. Ich höre. Feuer nach eigenem Ermessen. Feuer ein. Unsere Basis steht unter der Schuss. Ich höre. Feuer nach eigenem Ermessen. Produktion läuft. Reparatur läuft. Produktion läuft. Aber das ist gut, dass ich das jetzt hier sehe. Bedeutet für mich nämlich nur eins, dass ich nämlich entsprechend das sehen kann. Und je mehr ich natürlich das sehen kann, umso besser. Gestoppt. Abgebrochen. Produktion abgeschlossen. Navigiere. Ich höre. Ich höre. Motoren arbeiten. Einheit bereit. Schiff bereit. Schiff meldet sich. Ich höre. Ziel gesichtet. Einheit bereit. Erstmal feuern. Woher feuert er denn? Wow. Irgendwo eine Wallachei. Erstmal hin. Schiff bereit. Einheit bereit. Schiff bereit. Feuer nach eigenem Ermessen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist... Ich höre. Feuer nach eigenem Ermessen. Sicht. Schiff meldet sich. Kurs gesetzt. Ich weiß noch ein bisschen. Captain bestätigt. Übersicht. Was gibt es sonst, was so schön ist. Captain bestätigt. Captain bestätigt. Motoren arbeiten. Kurs gesetzt. Produktion abgeschlossen. Das ist auch sehr fein. Schiff meldet sich. Kurs gesetzt. Schiff meldet sich. Kurs gesetzt. Produktion läuft. So ein eiserner Schutz ist natürlich auch sehr nice. Schiff meldet sich. Schiff meldet sich. Feuer! Ich höre es. Ziel gesichtet. Ich höre es. Kurs gesetzt. So. Aber ich muss sagen, es ist verdächtig. Ui, aktuell. Haben schon länger keine Anwürfe mehr. Schiff bereit. Käpt'n bestätigt. Feuer nach eigenem Emet. So, ihr Bauch abziehen. Wieso? Schiff bereit. Feuer! Schiff meldet sich. Kurs gesetzt. Navigiere. Kurs gesetzt. Produktion abgeschlossen. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Feuer nach eigenem Emet. Schiff meldet sich. Kurs gesetzt. Ich höre es. Motoren arbeiten. Motoren arbeiten. Los gesetzt. Ich höre. Feuer! Ich höre es. Ich höre es. Ich höre es. Es war mir klar, dass er jetzt noch mal mit so ein paar Dingen da reinkommt, aber das soll nie egal sein. Was man vielleicht so als negativen Punkt da auch noch für das Q-Off umbringt, dann trafst du eben schon drei Tage. Schiff meldet sich. Kurs gesetzt. Käpt'n bestätigt. Motoren arbeiten. Feuer nach eigenem Ermessen. Einheit bereit. Wir stoppen. Abgebrochen. Produktion läuft. Zum MBF sollte ich da vielleicht auch schon mal produzieren. Einfach damit ich halt das schon mal habe, sobald es dazu kommt, dass ich halt hier ein Dingsbrot. Er will mich ärgern. Okay. Nö. Klack-Trufer berichtet. Ordergenosse. Training. Einheit bereit. Das kannst du so beworben. Geht auf einmal abgeschlossen. Geht auf einmal abgeschlossen. Einheit bereit. Wenigstens habe ich einen Job. Bin unterwegs. Wenigstens habe ich einen Job. Er stimmt ja, der ist eine Befugung. Ohohohoho. Einheit bereit. Klack-Trufer berichtet. Klack-Trufer berichtet. Ordergenosse. Die ist eine harte Waffe. Einheit bereit. Einheit bereit. Schiff fällt in sich. Schiff fällt in sich. Schiff fällt in sich. Von dem Schiff fällt in sich. Feuer nach eigenem Emet. Superkräfte ist hier auch bereit. Aber man sieht wieder mal eine sehr beliebte Strategie einfach minimalistisch sein. Einheit bereit! Es gibt nur Sarenteral songs. Atomraketten bereit! Ziel wählen! Schiff meldet dich! Schiff bereit! Feuer in das eigene Amendment! Ich sehe auch gerade, dass wir schon 46 Minuten erreicht haben. Einheit bereit! Ich höre! Kurs gesetzt! Einheit befördert! Einheit befördert! Ich höre! Einheit befördert! 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 Schiff meldet dich! Navigiere! Schiff bereit! Ich höre! Schiff bereit! Schiff bereit! Einheit befördert! 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 Hättet ihr gedacht, dass ich den Eisernen im Vorhang nicht als Waffe einsetzen könnte? Infanterie sind nämlich davon halt so ein bisschen schwerst beeindruckt. Und das nicht im positiven Sinne. Aber wir haben es, 50 Minuten. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage damit, bis zum nächsten Mal, das bleibt es so viel. Ich bedanke mich auf jeden Fall.